Kannst du die Hände ruhig runternehmen lassen. Kannst du auch ruhig streicheln, wenn du willst. Das ist egal bei den Welpies. Kannst du streicheln, wie du willst. Vom Kopf zum Schwanz am besten. Immer vom Kopf zum Schwanz. Andersrum. So genau. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Auf der Seite ist auch einer. Den kannst du dir mal nach vorne holen. Den kannst du mal nach vorne holen. Kannst du das? Mit beiden hinten anfassen. Schön unter den Bauch. Genau. Aber du darfst nicht da hinten bleiben. Sehr gut.